So, seht ihr mich eigentlich? Ich seh euch nämlich nicht. Scheiße, man. Guckt euch mal die Sonne an. Die steht, ich weiß nicht, seht ihr sie so? Die steht mir direkt hier über dem Schädel. Richtig geil. Dieses Shirt habe ich eigentlich nur an, wegen dem Video. Und, äh, ja, ich wollte mich für den letzten Stream entschuldigen, weil ich kann zwar nichts dafür, für diesen DDoS-Scheiß, aber trotzdem, keine Ahnung, bis vor dem ersten DDoS-Scheiß war der Stream so mega geil. Der Chat ist abgegangen, ihr wart so geil drauf. Und, ja, keine Ahnung, da kann man leider nichts gegen machen. 20 Minuten war der Ausfall, dann danach halt nochmal, ne? Ja, das war halt scheiße. Aber, ja, dafür wollte ich mich halt entschuldigen, tut mir leid, aber, tja, kacke gelaufen, würde ich sagen. Und ansonsten wollte ich euch jetzt informieren, dass ich übermorgen, nee, morgen, morgen ist der 22., da werde ich 22, also ich habe Geburtstag morgen, glaube ich, ich glaube, ja. Und, ähm, ja, da wollte ich für euch halt einen Stream von 15 Uhr, deutsche Zeit, 15 Uhr bis 3 Uhr nachts machen. Einfach, dass ich so, ja, von 15 bis 3 Uhr, da werde ich wohl jeden so erwischen, dass jeder mal vielleicht mal 5 Sekunden Zeit oder so reinzugucken. Und, ja, ich hoffe, ihr seid dabei, zu meinem Geburtstag, stream ich für euch extra lange, 12 Stunden so ein bisschen. Ähm, ja, und ansonsten lade ich die Placement Matches, lade ich jetzt auch auf YouTube hoch, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, die zu gucken, da lade ich die nochmal hoch. Ich glaube, eins ist gesperrt von der GEMA, ähm, aber ansonsten sollte alles kommen. Und natürlich das Gedidos The Game, das kommt natürlich auch nicht, weil das habe ich nicht. Äh, ja, aber ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich sonne mich noch ein bisschen gegag einkaufen und, ja, hau da rein, wir sehen uns, ne? Wo ist jetzt der Scheißausknopf schon wieder, Mann? Warte, ich gönne euch nochmal ein bisschen Sonne hier. Kaburts. Die Sonne, Alter, du sitzt hier einfach wie auf, ach, Gottes Fleck, ne? Gut, jetzt aber bis später, äh, morgen bis 15 Uhr.